Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Hey! Mega! Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Alles. Na klar doch. Wir brauchen einfach alles. Ellie, 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 knock knock, kleine 14-jährige Dame. Hello. Ah ja. Gut. Äh, ich werde den zweiten Teil auf Deutsch spielen. Ellie. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Hast du jetzt alles? Fertig. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Ach, Bill, jetzt sei doch nicht so. Also in meiner Scheiße steckst du. Ja, ist einmalig. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Haha, du mich auch. Hahaha. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? Den Mann zweitversteckt. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm. Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Mal wieder durch die ganze City. Zum Glück sind wir nur im kleinen Derp. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Hört sich... ...an. Als gibt's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay. Dann mal los. Uh! Was geben! Hello! Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt noch mal! Infliziert er! Mist! Macht euch bereit! Registrat! Geh rüber! Geh rüber! Schass! Den Klicker machst du! Den Klicker machst du! Oh shit Oh shit Jebated 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 Okay Oh Wie ist das nicht mal nützlich? Du schweinig Bill meine ich. Entschuldigung Warte Ich muss die Barrikaden prüfen Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen ich weiß das ganze zeug aus dem lager holen und zum ost gespräche mal wieder und dann muss man hier lang und weiter das ist teil 1 ja wenn jetzt erst mal weg später kann auch einmal lasst du gut gehen schön abend noch du hast dir ein krasses versteck ausgesucht was weißt du so schlimm die dinger sind man weiß was sie wollen die normalen leute machen mir angst gerade du solltest das verstehen was soll das heißen gar nichts hält sie das tor wirklich auf also wo lang so wie ein und war ok hier runter tja da sind wir du fasst hier drin nichts an und du machst die tür zu na dann mal los was ich brauche eine waffe brauchst du nicht ich komme schon damit zurecht nein du bleibst hier toll dann warte ich einfach bis es mich erwischt das hier muss echt der beschissenste job sein den du hier hattest was kommt denn was zum teufel sagt es zu dieser selbstmord mission das war ihre idee ehrlich dann ist die braut wohl doch nicht so schlau wie ich dachte das scheiß drauf im ernst bringt die kleine dahin zurück wo sie herkommt bill ich kann sie nicht einfach zurückbringen dann schick sie weg lass sie eben allein gehen ich sagte jetzt mal was es gab mal jemanden der mir wirklich sehr wichtig war weißt du mein partner ich habe mich eben um ihn gekümmert und in dieser welt bringt ja so ein scheiß nur ein sein du gehst drauf und weißt du was von da an habe ich geschnallt ich bin alleine echt besser dran will so ist das nicht schwachsinn es ist ganz genau so hey was habe ich dir auf der treppe gesagt was habe ich gesagt ich räum hier doch nur deinen ganzen scheiß auf Finger weg switch prime ist verdammt nochmal wenn du sie weiter an der backe hast wird dir das irgendwann das genick brechen können wir das jetzt bitte einfach durchziehen hier wir ziehen das durch karte rullade moinsen äh meister moin und karten dankeschön für 42 so jetzt haben wir erstmal eine schrotflinte hier okay bevor wir weitermachen ich hab da was das du sehen musst äh und zwar mein allerneuestes spielzeug das ist eine nagelbombe du musst sehr vorsichtig sein sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer nähe ja ich kenne deine fallen so schrotflinten und bomben und was machen wir damit tja alle paar wochen zieht das militär hier durch die straßen ich nehme an sie suchen nach vorräten man es ist wahnsinn was sie alles übersehen jedenfalls vor ein paar monaten fuhren sie hier durch und wurden von infizierten überrannt die belagerten den truck der fährt prompt gegen die wand der schule da steht er noch mit der batterie wir holen die batterie also für ein anderes auto bingo ich wollte sie holen aber es schien zu gefährlich bei den ganzen infizierten hier aber scheiß drauf joel braucht ein auto und wenn sie kaputt ist nee die trucks sind wie panzer sie wartet auf uns das könnte klappen das ist ein guter platz wir machen mal den bogen wirst du Ich glaube, mehr möchte ich gerade aktuell nicht machen. Ja, das ist gut. Wann kommt der Alu-Miss? Weiß ich nicht. Wann kommt der Alu-Miss? Wann? Okay, mehr gibt's wohl nicht. Also, Sorge, keine Ahnung, sie arbeiten jetzt. Sie müssen halt natürlich jetzt erstmal alles zuschneiden, vorbereiten. Also, ich hoffe, nächste Woche, mal gucken. Kannst du es sehen. Wow. Schön hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Naja, die müssen das ja noch alles zuschneiden. Auf Länge, äh, Socke und verpacken und so. Und außerdem ist das keine Riesenfirma, also... Oh, die Schule. Oh, ich entsinne mich. Ah, die Schule. Ah, die Schule. Oh, Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nicht. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Äh, ist auch Remastered Quanten-Mechaniker. Oh, Mann. 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 all die jahre hitlern spielen hat ein bisschen was gebracht ich habe einen schluss ehrlich moment ich hab den schlüssel ich werde auch den den passwort das kommt der kommt auch ok weiter so war nicht die garage noch offen und und Ahem. Sama weed. Hmm. Alright. Alright, alright, alright. Okay. Möchtest du ihn lang? Möchtest du ihn lang? Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Oh, shit. Oh, shit. Ah, snap. Er hat sich umgedreht. Shit. Ich habe hier noch irgendwelche Sachen. Ja, 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 ja. hier noch irgendwas zum aufheben hier lang sie ist von drinnen verriegelt wie wäre es denn damit war es die katzentür das ist ein ding ja dann machen wir die katzentür auf sie haben uns nicht gesehen in deckung bleiben oh oh no there's no risiko oh Hey, you! Ay, 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 ay! Shhh, oh schon, shhh! 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 Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Okay. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Geben wir rein. Oh. Die gute alte Schule. Die gute alte Schule, die hat so richtig Spaß gemacht. Oh Gott. Ich glaube, in der Schule allein habe ich mir 80.000 Tode geholt oder so. Hey Joel! Ja? Ich komme gleich. Ich muss kurz gucken. Hier sind noch Sachen zum Basteln, Mäuse. Schön, die Tabletten. Mäuse. Schön, die Tabletten. Oh! Hey, ähm, hast du kurz Zeit? Ja. Ja, was ist los? Ja? Ich... Wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich... ich fang nicht wieder davon an. Mäli. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Dann lass uns nach Bill sehen. Dann lass uns da bitte gehen. Hilf mir hier mal kurz! die gute schule shit was habe ich gesagt da ist der truck ragt aus der schule raus sog 3 giftet art tier 1 sub 2 phoenix game 2611 hey soggen dankeschön dass du phoenix ein zugesteckt das ist phoenix worden ja mal los alles ok alles ok Das muss klatschen, muss ab! Die hab ich doch schon halb fertig gemacht, was ist denn mit dir? Da musst du doch nur noch einen Schwinger anhaken, äh, ans Kind machen. Musst hier auch jetzt noch kurz die Worte für finden. Was für eine Eierbirne sag ich dir. Oh, ich bin Bill, ich bin super in Fallen bauen, aber ich bin, ich sag richtig hart rein, wenn's um Kämpfen geht. Ich war voll verlorft in die Dame, die da vor mich stand. Und sie erwiderte auch, ich konnte gar nicht schlagen. Ellie, lauf, lauf! Sie kam von überall! Woah, shit! What the fuck was that? Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Easy peasy lemon squeezy. Nee? Kennt ihr euch noch mit Schrot finden in Tarkov aus? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hol ich sie. Na, 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 Ellie. Ich bin hier der Spieler. Ich sage, wo es lang geht. Ellie! Ich glaub, da liegt eine Leiter auf dem Bus. Kann ich dich hier hochheben? Ich muss meine Taschenlampe. Sei vorsichtig da! Danke, Bill! Danke, Bill! Danke, Bill! Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hört ihr das? Sie kommen! Schnell jetzt, Kleine! Okay. Wir gehen schon rein. Wir holen uns die Batterie. Und wir machen dafür ihre... Verschlossen! Oh, Mist! Sie drückt gegen dich! Er wird dich halten! Er wird dich halten! Los, stell! Ellie! Jones! Ellie! Oh, nicht zum Klicker-Ficker! Hau ab! Los, komm! Schieße, Mann! Bill! Scheiße! Oh! Das soll dich halten! Bill, jetzt beeil dich! Du baut die Batterie aus, Bill! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen rausgehen! Komm mit! Sie kommen rein! Wohin? Ich bin der Untertitelung des ZDF, 2020